So liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, erneut was suchen. Ob das Ganze jetzt ein bisschen geschmeidiger läuft. So, wir probieren jetzt, wie gesagt, einfach mal hier rein zu kommen. Dann komme ich hier rein. Dann komme ich so hier rein, springen wir hier drüber. Drücke hier X, um auf das Auto zu klettern. Und um das Fenster zu erreichen. So. Dad, er hat gesagt, ich hatte eine massive... Jimmy kallte mich eine B***h! Ach, schon aber flüssiger zu laufen jetzt, auf die Aufnahme. Jetzt gehen wir hier rein. Oh, oh, oh. Oh, ouch! Was ist denn irgendwie hier runter? Irgendwo... Hier muss es reingehen? Nein, nicht da. Hier unten? Ah, okay. Was? Aber ich muss da doch hin. Ich fack mich schon wieder ab, ne? Drücke L, um die Schleichmose zurückzuhalten. Äh? Wo muss ich hin, verdammte Axt. Danke, Coach. Scheiße, wie komme ich da rein? Du bist ein realer Pro, Mr. Santa. Ein realer Pro. Du bist ein großartiger Student. Jetzt lösen die Hände ab. Okay. Wie das? Ja, lösen sie ab. Da geht's. Und folge durch. Perfekt. Oh, okay. Ich denke, ich bekomme es. Fuck, wer soll ich denn da jetzt... Okay, Amanda. Jetzt folge durch. Ah, du hast große Tipps. Du kennst das? Folge durch. Ja. Da braucht man den Schleichmodus. Wie soll ich da rein kommen, verdammt? Ja. Das raffe ich nicht. Das erneut versuchen, ja, ja. Ja. Muss ich vielleicht hier irgendwie rein? Ah, da muss ich... Da muss ich nicht rein? Ich muss irgendwie... Danke, Coach. Du bist ein realer Pro, Mr. Santa. Ein realer Pro. Du bist ein großartiger Student. Jetzt lösen die Hände ab. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wer hat mich jetzt gesehen? Machen wir mal überspringen. Ja, ich möchte diesen Abschnitt überspringen. So, dieses Auto zum Warnhaus zurück. Ja, cool, dass wir das überspringen konnten. Ja, man. Gott, der ist ja nicht drinnen. Cool. Alter. Was läuft um einiges besser, wenn er so gerendert wird? Es guckt zwar noch ein bisschen nach, aber nicht so intensiv wie vorher. Aber ihr könnt ja auch in den Kommentaren mal schreiben, was euch besser gefällt. Erste Video hierzu oder das Video, was jetzt im Nachhinein folgte. Ich und Mr. Yatarian. Wir arbeiten das an. So, los geht's. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich die Karre angehalten. Okay. Okay. Ja, das ist der Ort, Mann. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull. I'll do it myself. Man, you can't be free. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, Mann. Fahr durch das Fenster und blablabla. Okay. Ich will das Fenster. Ich will das Fenster und blablabla. Oh, Jesus. Damn. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump bigger for a job well done. Now get out of here. Bam. Oh, small, young guy. Okay. Don't get out of here. Okay. Auf die zwölf, Junge. Ja, jetzt bin ich hier. Wo sollst du hingehen? Da hinten hin? Bestanden! Okay, jetzt haben wir hier freie Gegebenheiten auf jeden Fall. Aber ich denke, ich würde die Hauptmission weitermachen. Die sind zwar über Fragezeichen, aber scheiße, das ist überhaupt Fragezeichen. Das sind Nebenmissionen, soweit ich mich erinnern kann. Deswegen zum Ticken M rüber. Damit meine ich nicht McDonalds, sondern das andere hier. Hobbyverzeichnis verfügbar. Ich bin noch sehr begeistert hier von der ganzen Sicht her. Schon ziemlich nice. Wie geil das Ganze im Endeffekt aussieht. Auch mit den Schattenverläufen und sowas. Ja, da bin ich voll platt gefahren, ey. Alle gucken sich um. Guck mal hier, Lederhosen-Typ. Mädel, wie auch immer. Ja, geh schnell weiter. Du könntest ja Angst bekommen. Boah, schon nice. Ich muss ein bisschen an APB Reloaded denken, was mir die Zeit hier zu GTA 5 überbrückt hatte. Und dann sind wir ja super, super lange hier in GTA Online unterwegs gewesen. Ich weiß noch, wie das Ganze angefangen hat. So, weißt du, meine gesamte Steam-Freundesliste, aber ich die gesamte, wollte am selben Tag mit mir einfach losziehen. Und ich wusste gar nicht, mit wem soll ich jetzt los, mit wem nicht und keine Ahnung was. Und so kam eins zum anderen in den Halt. Leute kennengelernt. Neue. Alten weiter umher gezogen. Und so weiter und so weiter. Wir versuchen jetzt irgendwie... Da oben hinzukommen. Wir müssen auf die Hauptstraße da. Irgendwie drüber. Wir schauen mal. Das war rude. Das war rude. Das war rude. Guck mal mal hier. Sehr nice, dude. Sehr nice. Wow. Gucken, dass wir hier irgendwo runter kommen. Big Goods. Hashtag. Das wird schon nice hier. Mal wieder hier rüber. Mal gucken, dass wir hier rüber kommen. Runter kommen, wie auch immer. Boah. Ist immer hier mitten am Highway, oder wie sehe ich das? Ich glaube, ich habe hier mir beschissenen Weg ausgesucht. Das ist schon nice. Ich fühle mich jetzt kaputt. Das ist so ein Matrix-Feeling. Wenn auf einmal diese Mega-Brüder hier auftauchen und voll die Action machen im Endeffekt. Wow. Aber ich komme rüber. Ich komme rüber. Ich komme rüber. Aber ich bin drüben. Ja, ich bin drüben, Leaf. Einbacher! Oh, Jesus! Daniel anscheinend lose. Da kann man sagen, was man will, das Spiel bleibt einfach ein richtig geiles Game. Ach, da fällt mir gerade ein, da kamen mir vor kurzem die Gerüchte aus, so von wegen, die Online-Server von GTA sollen bald abgeschalten werden. Also da habe ich echt nicht schlecht gestaunt, weil gerade GTA macht ja auch den Online-Modus aus und was weiß ich nicht was. Und es wird ja auch viel online gezockt, keine Ahnung. Und dann das Gerücht, das war einfach, ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht war oder wirklich umgesetzt wird, dass irgendwann jetzt im Laufe des Jahres die Server hier offline gehen sollen. Da würde mich aber interessieren, wenn ich jetzt praktisch den Host spiele, ob man das trotzdem mit Freunden weiter online zocken könnte. Das wäre natürlich richtig nice. Ansonsten fände ich das ziemlich übel, ne? Du hast halt ein Top-Game, was auf PC noch gar nicht so lange draußen ist und da werden die Server praktisch runtergefahren. Fände ich schon krass, ehrlich gesagt. Also richtig krass. Deswegen bleibt da abzuwarten, was an diesem Gerücht dran ist und was nicht. Ja, aber da werden wir dann mal schauen. Da bleibe ich auf jeden Fall am Ball. Viel lauffrei momentan hier. Ich glaube, ich bin besser ein Auto klauen sollen. Oder besser mein Auto einsteigen sollen. Moment. Warte, ich glaube, ich bin jetzt einfach so ein fucking Auto scheiß drauf. Hier vorne stehen so viele. Steigen wir einfach mal ein. Rob, Junge. Los geht die wilde Fahrt. Wobei, der geht auch noch gut ab. Ist das hier ein Elektrofahrzeug oder was? Boah, geht der ab. Alter Vater. Boah. Na ja, guck doch mal nicht auf die Straße, Idiot. Shit. Yeah, shit, man. Wow. Hohohoho. GTA-feeling-R. So, weiter geht's nach Hause hier. Ist hier vorne irgendwo links? So, auf die andere Seite. Komm mal da hin, komm, wir gehen mal in die Seitenstraße hier irgendwie. Hier vorne geht's jetzt links. Ja, hier ist sie. Hier hoch. Zack. Hier links. Oh, wir gehen mal zu Hause. Oh, gehen wir mal gucken. Komm als Franklin wieder, um die Mission zu schaffen. Wie kann ich den Charakter wechseln? Kann ich das irgendwie auswählen? Boah, da war richtig gerade Action. Was? Wie kann ich denn... Weiß wahrscheinlich keiner jetzt. Egal, wir probieren jetzt mal dahinten zu den großen M zu fahren. Scheiß drauf. Boah, wie der abgeht, alter Vater. Muss ich es vormachen. Richtig schnelle Karriere, die auch noch gut... Was? Was?